Dreimal Bronze, einmal Silber. Das sind die Erfolge, die unser Co-Trainer Christian Sossenheimer bereits mit dem VCW gefeiert hat. Seit 2010 ist er bei uns und jetzt möchte er gerne zwei weitere Jahre in der VCW-Familie bleiben. Darüber freuen wir uns sehr. Christian, was sind deine Gründe? Warum möchtest du gerne bei uns bleiben? Herr Kavo hat es schon gesagt in ihrem Interview, es gibt eigentlich keinen Grund, nicht zu verlängern. In den letzten Jahren hat sich einiges getan beim VCW. Die Entwicklung ging eigentlich stets nach oben. Und ich möchte gerne zwei Jahre bei dieser Entwicklung einfach noch dabei sein. Nicole, warum war es euch wichtig, den Vertrag mit Christian zu verlängern? Also ich kenne ja Christian schon die Medaillensammlung über und wir wissen, dass er ein sehr, sehr zuverlässiger und wichtiger Volleyball-Fachmann ist. Selber im Training unheimlich viel auch eingespannt ist durch seine ehemalige Volleyball-Karriere. Und daher freuen wir uns, dass die Entwicklung, die wir weiter fortschreiten wollen, mit Christian zusammen auf die nächsten zwei Jahre so in der Konstante weitergeht. Jetzt haben wir dreimal hier Bronze hängen in der Liga. Christian, wie wahrscheinlich ist es, dass da mal noch Silber dazukommt jetzt? Naja, man könnte auch fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass man viermal in der Saison gegen Schwerin gewinnt. Aber wir werden alles dransetzen, dass vielleicht eine andere Farbe dazukommt. Wir wollen uns jetzt schon ein bisschen ärgern. Ich glaube, sie fahren nicht ganz gern nach Wiesbaden. Mal schauen, wie das so funktioniert. Dabei wünschen wir euch alles Gute. Christian Sosnheimer bleibt zwei Jahre Co-Trainer beim VC Wiesbaden. Vielen Dank.